Es ist wirklich schon eine peinliche Situation. Boris Johnson sagt, nein, ich werde Premierminister bleiben und ein paar Tage später dankt er dann doch ab. Und trotzdem schafft er es in dieser brenzligen Situation, eine rhetorisch brillante Rede zu halten. Und das werde ich dir in diesem Video zeigen, wie er es macht. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Es ist wirklich eigentlich keine der Regeln der Rhetorik eingehalten. Er hat zerzauste Haare. Er stampft da irgendwie so ein bisschen rein. Nicht staatsmännisch. Er lehnt sich so aufs Pult. Er sagt, ja, ja, okay, danke und so weiter. An sich wirklich nicht rhetorisch brillant. Trotzdem wirkt es gerade in dieser Situation gut, beziehungsweise es framed schon mal gut. Warum? Ganz einfach, weil in so einer brenzligen Situation die Anspannung normalerweise sehr hoch ist und wir auch erwarten würden, dass eine Person, ein Premierminister in dieser Position entweder angespannt ist oder irgendwie betröppelt ist, traurig ist oder irgendwie beschämt oder vielleicht auch wütend so, ja, was auch immer. Aber er lächelt sogar noch so ein bisschen. Ihr seht es auch hier in dem Frame. Und er ist relativ entspannt und nimmt die ganze Sache nicht so problematisch, nicht so dramatisch. Damit zeigt er durch seine Entspannung, dass er über der ganzen Sache steht, was ihm schon mal ein gutes Standing für die Rede geben wird. Dass es einen neuen Leader dieser Partei sein sollte und deshalb einen neuen Premierminister. Und ich habe mit Sir Graham Brady, dem Präsidenten unserer Backbench-MPs, dass der Prozess, diesen neuen Leader, jetzt beginnt. Sehr schlau geframed. Also anstatt zu sagen, ich werde nicht mehr der Premierminister sein, ist es doch nur eine positive Aussage. Also es ist jetzt klar, dass diese Partei einen neuen Vorsitzenden, einen neuen Premierminister haben möchte. Und ich habe da auch noch zugestimmt und deswegen werde ich dafür beitragen, dass es letztendlich einen schnellen Prozess geben wird, einen neuen zu finden und so weiter. Also eine sehr positive Aussage. Er betont hier das Positive. Nutze es auch für deine Kommunikation. Anstatt nur auf das negative, ich bin nicht mehr und Entschuldigung, dass die Folien so schlecht lesbar sind, fokussiere auf das Positive. Anstatt, wie gesagt, die Folien, sorry, dass sie so schlecht lesbar sind, sag sowas wie, ich habe heute wirklich wichtige Dinge euch mitgebracht. Die Folien, die habe ich schnell noch zusammengestellt, um es auch nochmal zu visualisieren, aber das Wichtigste ist ja jetzt hier der Inhalt. Mach ein positives Framing auf das, was du hervorheben möchtest. Danke für dieses unglaubliche Mandate, die größte konservative Majorität seit 1987, die größte Share der Verteilung seit 1979. Hier merken wir, in England wird der Rhetorik noch mehr Raum gegeben. Also unabhängig von dem, was er hier sagt, auch wieder schlau zu framen, was die Erfolge sind, dass so viele Menschen für sie gestimmt haben, auch zum ersten Mal. Unglaublich, wie er mit seiner Stimme umgeht. The biggest mandate in 19, since 1979. Also wirklich, er hat wie eine Radiosprecherstimme, auch wie er dieses Thank you, die Pause lässt. Also er ist geschult, wie die meisten Menschen in England, in der Politik, wirklich auch gut mit der Kommunikation umzugehen. Und wenn du das auch lernen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, weil das bringt dich letztendlich weiter im Leben. Hier auch den Elefanten anzusprechen, und zwar, dass er ja wirklich noch gekämpft hat dafür. Und er stellt es jetzt gar nicht so dar, ich wollte der Premierminister werden und jetzt habe ich diesen Kampf verloren. Sondern er hat gesagt, und der Grund, warum ich dieses Amt persönlich austragen wollte, war, weil es meine Verpflichtung an euch ist und so weiter. Und er hat diese drei Wörter verstanden, Duty, Obligation und das, dieses Commitment ist quasi das, diese drei sehr, sag ich mal, großen Wörter, Duty, Obligation und so weiter, macht es unpersönlich. Das ist in diesem Fall wichtig, weil dann fällt es nicht mehr auf ihn als Person zurück, sondern eher als jemand, der für diese hohen Werte, Duty, Obligation und so weiter, eintritt. Also nutze auch du eine vage, abstrakte Sprache mit diesen Hochwertwörtern, wenn du etwas Großes, Unpersönliches, eine Mission, eine Vision darstellen möchtest. Das ist ja wirklich, also ein Motivationsredner könnte es nicht besser machen. Genie, Talent, Enthusiasmus ist über uns alle gleich verteilt, aber diese Möglichkeiten dann auch im Schopf zu packen, das ist es nicht und so weiter. Sehr, sehr starke Worte, sowohl auf der rhetorischen Ebene sehr sinnvoll, weil er damit Dinge ausspricht, wo sich jeder gesehen, gehört fühlt und jeder auch unterstützt fühlt. Und vor allem, er zeichnet damit die Rolle einer starken Führungspersönlichkeit. Er sagt nämlich, es geht mir gar nicht um dieses Amt, sondern mir geht es darum, dass das Genie, der Enthusiasmus, die Vorstellungskraft, die in uns allen angelegt ist, auch genutzt wird. Und dafür trete ich ein. Und wenn er das bei seinem Rücktritt sagt, dann wahrt er sein Gesicht, weil er ganz klar so wirkt, als wäre er der, der, oder ist er der quasi, dass er für diese hohen Werte auch eingestanden hat. Und dass er trotzdem groß bleibt, als Mensch, als Persönlichkeit, ein Inspirator bleibt, dieses Charisma weiter hat, ohne diese Rolle zu haben. Und damit wird die Rolle quasi weiterhin von ihm entkoppelt, aber trotzdem, er bleibt groß als charismatische Persönlichkeit. Auch hier wieder der Motivationsredner, auch in den dunkelsten Zeiten darfst du wissen, die Zukunft ist golden. Auch hier wieder ein schönes Ende, ein hohes, positives Bild, das er am Schluss noch mal metaphorisch gezeichnet hat. Wenn du auch willst, dass deine Zukunft golden wird, dann abonniere die Rede-Fabrik und aktive die Glocke. Habt noch einen schönen Tag, alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg. Also, wenn du auch willst, dann abonniere die Glocke.